Im Streit um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer zeigt sich die Türkei offen für Verhandlungen mit Griechenland. Der türkische Präsident Erdogan signalisierte gestern in einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel, die Differenzen durch Verhandlungen lösen zu wollen. Voraussetzungen seien faire und konstruktive Gespräche, so Erdogan. Gleichzeitig werde er auch weiterhin eine entschlossene und aktive Politik bezüglich der Rechte der Türkei verfolgen. Seit Wochen sucht die Türkei in Gewässern nach Gasvorkommen, die Griechenland und Zypern für sich beanspruchen.